Mein Name ist Sascha. Unter dem Pseudonym Pfandleiher baute ich einen Online-Drogen-Versandhandel auf und schaffte es bis ganz nach oben in die Darknet-Rankings. Lange Zeit blieb der Polizei mein internationales Drogen-Startup verborgen, bis ich einen entscheidenden Fehler machte. Hallo Sascha. Rebel möchte von dir wissen, wie verkauft man Drogen im Darknet? Also ich habe mich damals mit dem Tor-Browser ins Darknet eingeloggt, der verborgene Teil des Internets, habe mir ein Marketplace gesucht, in dem Fall Silk Road, habe mein Profil für 150 Dollar abgegradet zum Vendor und habe mir dann noch etwas Material besorgt und habe dieses dann verkauft. Gabriel XX fragt sich, welche Drogen hast du verkauft? Also in erster Linie waren es MDMA-Kristalle. Da weiß man, dass das Feedback einfach immer super ist. Das waren ungefähr 80 Prozent und dann hat sich Kokain irgendwann eingeschlichen, weil ich einfach den Markt übernehmen wollte. Ich wurde aber schon davor gewarnt, sobald du Kokain verkaufst, kriegst du schlechte Bewertungen, weil irgendjemand meckert immer am Koks. So war es dann auch. Etwas Hasch und Weed war noch dabei. Und womit ich aber angefangen habe, war eigentlich aus fremden MDMA eigene Exzesse-Tabletten zu pressen. Und dafür habe ich mir einfach einen TDP-5 aus London bestellt, etwas Zellulose, etwas Farbe und habe damit zweieinhalbtausend Teile die Stunde gepresst. Gangsterbusch fragt sich, was ist die schlimmste Seite, die du im Darknet gesehen hast? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf der Silk Road und nur auf der Silk Road. Ich habe keine Minute damit verbracht, irgendwie rumzubrowsen und mich umzusehen. Ich war echt busy. Hast du irgendwann mal überlegt, was anderes außer Drogen zu verkaufen? In fact war mein erster Verkauf Bargeld, weil es 2011 wirklich schwer war, an Bitcoins zu kommen. Aber danach, man hat mal überlegt, ob man Waffen verkauft, weil man hat Kontakte nach Osteuropa. Aber man wusste, wie ungern das gesehen wurde, Waffenverkauf auf den Marketplätzen. Und deswegen habe ich, ich habe es bei den Drogen belassen. Josef Lorenz van Kühn fragt sich, was waren das für Leute, von denen du die Drogen bekommen hast? Leute im selben Alter wie ich, smarte Leute, Abenteurer. Osman möchte wissen, warum hast du damit angefangen? Also mit der kriminellen Karriere habe ich begonnen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, ich war da Anfang 20, eigentlich leidenschaftlicher American Footballer war. Ich habe in der ersten Football-Bundesliga gespielt, in Plattlingen. Mein ganzes Leben bestand aus Sport. Sieben Mal die Woche trainieren, vier Stunden am Tag im Gym. Ich hatte vielleicht 94 Kilo, ich war echt topfit. Ich habe mich dann in der Sommerpause nach der Saison ein bisschen fett gefressen und im ersten Hallentraining beide Kreuzbänder gerissen. Und dann hatte ich auch recht bald die OPs nacheinander. Das heißt, ein halbes Jahr einfach nur rumliegen, linkes Knie, drei Monate warten, rechtes Knie, 40 Kilo zugenommen. Und man fühlte sich einfach nutzlos. Und wohin mit der Energie, wohin mit den Ambitionen? Viel Geld hatte ich auch nicht, aber irgendwas muss ich machen. Ich habe mein letztes Hab und Gut versetzt, einen Fernseher und einen Gaming-Rechner. Bin nach Wien gefahren, habe mir ein XXL-Growth-Zelt gekauft, 35 Cannabis-Stecklinge. Habe die bei meinem Vater an der österreichischen Grenze ins Zelt geknallt. Und habe 55 Tage später 750 Gramm Weed geerntet. Kurze Zeit später habe ich mal einen Link von meiner Mutter bekommen zu einem Artikel, einem Online-Artikel, der eben von der Silk Road berichtet hat. Und ich schätze mal so eine Viertelstunde später war ich eingeloggt auf der Silk Road, hatte meinen Account. Und 24 Stunden später hatte ich meine ersten Bitcoins. Papa Lost fragt sich, wie viel kosten Drogen im Internet? Seit meiner Ära viel, viel, viel weniger. Als ich mich angemeldet habe auf der Silk Road, hast du für einen Gramm MDMA 80 Dollar gezahlt. Nachdem ich in Rente gegangen bin, Ende 2012, war der durchschnittliche Preis so bei 20 Dollar, der Kilopreis bei 10.000. MDMA zum Beispiel habe ich anfangs sechs, später 7.000 das Kilo gezahlt. Heute kriegt man das für 1.500 hinterhergeschmissen. 2011, 12, 13 war eine ganz andere Zeit. Herr Katze fragt sich, wie hast du die Drogen an deine Kunden versandt? Ich habe recht simpel angefangen, also wirklich etwas in den Luftpolsterumschlag reingeschmissen und habe eigentlich immer auf das Feedback gehört. Mach doch mal dies, mach doch mal das, nimm doch mal DVD-Hüllen. Die DVD-Hüllen brauchen ein Cover, die DVD-Hüllen müssen nochmal eingeschweißt werden, die müssen neu ausschauen wie Restposten. Man hat einfach auf die Community, auf die Clients gehört und das war, glaube ich, der Weg zum Erfolg. Hast du die Briefe ganz normal zur Post gebracht? Ja, die Briefe habe ich einfach zu einem Drive-By-Briefkasten gebracht, wo man mit dem Auto ranfahren kann und habe einfach einen Karton entleert. Ein-, zweimal am Tag. Und das hat niemand mitbekommen? Wer interessiert sich für irgendjemanden, der Briefe zum Briefkasten bringt? 2012. Ahmed Lahn fragt sich, wurdest du mal abgezockt? Also niemals beim Drogenkauf. Allerdings Ross Ulbricht, der Admin von Silk Road, hat dafür gesorgt, dass mir 120.000 Dollar abgegangen sind, weil er einfach allen Leuten ihr Geld zurückgegeben hat, nur weil ich mich halt einen Monat lang nicht mehr angemeldet habe. Weil ich dann leider schon in Rente war und einfach paranoid war. Jona möchte von dir wissen, wie konntest du die Bitcoins unbemerkt in echtes Geld umwandeln? Was mir da in die Hände gespielt hat, waren meine sehr frühen Kontakte in der Bitcoin-Community. Bereits im Herbst 2011 war ich eigentlich connected im europäischen Raum und hatte dadurch Leute in Osteuropa, die mir binnen ein bis zwei Stunden, nachdem ich ihnen die Bitcoins geschickt habe, das Geld auf diversen Kreditkarten bereitgestellt haben und ich konnte es an Bankautomaten abheben. Also ich war eine Ein-Mann-Armee und es war wirklich schwer, Buch zu führen. Und man muss auch im Kopf behalten, es war eine Achterbahnfahrt, es war progressiv, es ging steil los. Ich habe auch irgendwann recht früh wieder aufgehört damit, aber in einem sehr guten Monat habe ich Buch geführt und da waren es 120.000 Euro Reingewinn. Und wie viel Geld war es insgesamt? Kann ich nicht beantworten, unmöglich. Wirklich, ich weiß nur diesen einen Monat, wo ich mitgerechnet habe. Lotus Kuss fragt sich, was hast du dir von dem Geld gekauft? Puh, also ich bin gern in Supersportwegen rumgefahren. Ich habe sie aber nicht gekauft, ich habe sie nur gemietet. Ich habe gern mein Haus schön eingerichtet, was ich auch nur gemietet habe. Ich meine, man kann sich ja nicht einfach irgendein Haus kaufen mit Schwarzgeld, das geht nicht. Ich habe es mir gut gehen lassen, ich habe auch vielleicht mal in eine Immobilie im Ausland investiert, aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zu schauen. Weil das Problem war, ich habe immer mehr bekommen, als ich bestellt habe in Holland. Ich habe fünf Kilo bestellt, ich habe zehn Kilo bekommen. Man hat geschaut, dass ich immer dick im Minus bin, damit ich fleißig zu tun habe. Elif Tarp fragt sich, hast du selbst Drogen genommen? Ja, also ich habe es jetzt nicht wirklich krachen lassen, aber ich habe hier und da mal rumprobiert. Es gibt Drogen, auch legale Drogen, die ich bis heute nicht angefasst habe. Aber ich hatte zu der aktiven Zeit definitiv ein kleines Kokainproblem. Ich habe dazu nicht viel große Mengen gebraucht, aber ab der ersten Line hatte ich schon wirklich Psychosen, also paranoide Wahnvorstellungen und das war echt nicht witzig. Travis Scotch fragt sich, hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Ich habe schon recht früh Fehler begannen, die jeder Behörde aufgefallen wäre, wenn wir auf dem Schirm gewesen wären, also der Silco, das Marktplatz. Und ich hatte eigentlich jede Nacht, vor allem in der Nacht hatte ich Angst. Im Zusammenhang mit Kokain hatte ich richtig Angst, da hatte ich schon Panik. Und ich wusste, dass früher oder später wird es schief gehen, aber ich dachte, dass ich halt mal mit einem Kilo irgendwas im Kofferraum angehalten werde oder erwischt werde und dann war es das. Dann werden noch Gebäude durchsucht und dann findet man halt noch ein bisschen was, weil es war ja immer quasi On-Time-Delivery und man hatte nicht viel Zeug da rumliegen, aber ich hatte auf jeden Fall Angst. Das mit dem Gewissen ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine psychische Störung ist, aber ich bin schon von früher Kindheit und vor allem in der Jugend recht gewissenfrei gewesen. Also ich sage nicht skrupellos, aber das sind Faktoren, die in meiner Denkweise keine große Rolle spielen. Und man muss auch sagen, das Zeug war rein. Also es war ein Vielfaches rein als das, was man irgendwo anders hätte beziehen können. 2012 war es auch nicht so, dass jetzt irgendwelche Kinder an Bitcoins gekommen sind. Man wusste schon, dass eine Klientel zu wahrscheinlich fast 100 Prozent aus Erwachsenen besteht, die wissen, was sie machen und die dann gerne einfach reinen Stoff hätten. Kannst du ausschließen, dass du jemals ein Minderjähriger verkauft hast? Ausschließen kann ich es definitiv nicht, aber Minderjährige hätten sich in jedem Teil der Welt schwer getan damit, an Bitcoins zu kommen oder auf die Silk Road zu kommen. Yin Dada fragt sich, hattest du eine Waffe? Ich hatte Angebote für eine Waffe. Mir wurde mal eine schallgedämpfte Militär-Usi angeboten im Tausch für 5000 Excesi-Tabletten. Ich habe lang gegrübelt, weil man wirklich in den Film fährt und man denkt sich, hm, wäre schon irgendwie nice. Aber die Vernunft hat gesiegt. Ich war auch froh, weil als das SEK kam, habe ich gemerkt, das ist das Erste, was sie suchen, weil Waffen in Verbindung mit Drogenhandel gibt es gleich mal fünf Jahre mehr. Kaito Varanyal fragt sich, welchen Fehler hast du gemacht? Also Fehler habe ich viele begangen. Ich habe zum Beispiel am Anfang schon mal ein Bild von einer Excesi-Tablette mit GPS-Daten ins Forum gepostet. Ich habe mich oft verplappert. Viel zu viele Leute wussten Bescheid. Der maßgebliche Fehler war einfach, dass ein Mensch und sein Pfarrer am Ende des Tages einfach zu viel über mich wussten. Sie wussten, wie ich heiße, sie wussten, wo ich wohne. Das ist der Fehler gewesen. Weil mit dieser Person habe ich mich halt recht früh, es war noch am Anfang der Karriere, habe ich mich schon getroffen an der österreichisch-deutschen Grenze. Wir haben uns kennengelernt. Es war keine Freundschaft, aber man dachte, man kann sich vertrauen. Und mein Gott, da habe ich ab und zu mal ein halbes Kilo, Kilo, Kilos, je nachdem, welche Ware, hat halt mal den Besitzer gewechselt. Als er aber dann in Bedrängnis geraten ist, ist er sofort umgefallen wie ein Streichholz. Du wurdest also verraten? Ja, ich wurde verraten und zwar innerhalb von gefühlt fünf Minuten. Bugtavia möchte von dir wissen, wann hast du gemerkt, dass du am Arsch bist? Also ich wusste, dass ich definitiv am Arsch bin, als ich im Sommer 2013 die Observation des LKAs bemerkt habe. Es war ein schöner Sommertag. Ich bin gerade von LSD runtergekommen und habe an nichts so Schlimmes gedacht, aber habe halt gesehen, dass gegenüber von meinem Wohnzimmer irgendein Typ, der dort nichts zu suchen hat, einfach mal auf halbem Weg am Gehweg stehen bleibt, kurz in mein Fenster reinschaut und sich wieder umdreht und sich in seinen Golf R reinhockt und zwar auf der Beifahrerseite und dort für vier Stunden verweilt. In der Zeit habe ich schon mein ganzes Haus sauber gemacht, aber spätestens als er nach vier Stunden abgelöst wurde von einem schwarzen Benz, der nichts anderes gemacht hat, wusste ich so, hm, das gilt mir. Kannst du dich an den Tag erinnern, als du festgenommen wurdest? Das war der 4. Juli 2013. Es war ungefähr 9 Uhr morgens, als das SEK mit Rambock und Blendgranate reingekommen ist und mich, ja, recht unspektakulär danach verhaftet hat. Daniel Sikor fragt sich, wie lange warst du im Gefängnis? Ich wurde wegen gewerbsmäßigen Drogenhandel zu siebeneinhalb Jahren verurteilt mit anschließender Drogenentzugstherapie. In U-Haft war ich 10 Monate, das war in Landshut. In Strafhaft, in Straubing, war ich 17 Monate. Im geschlossenen Maßregelvollzug, in der Forensik eines Bezirksklinikums in Niederbayern, war ich 13 Monate und dann nochmal 12 Monate im Probewohnen, wo man aber eigentlich schon quasi daheim lebt. Lauking 2674 fragt sich, wie realistisch findest du How to Sell Drugs Online Fast? Also, How to Sell Drugs Online Fast habe ich keine einzige Folge gesehen. Ich weiß, dass die Serie existiert. Ich weiß, dass sie wahrscheinlich auf Shiny Flakes basiert. Ich habe mir den Trailer angeschaut und ich habe gleich gesehen, Jungs, ganz ehrlich, also eine Darknet-Serie, die darf nicht von irgendwie einer Highschool-Romantic-Comedy leben. Das ist ein Thriller. Da muss irgendwas, ein Drama rauskommen, a la Breaking Bad. Der Bulle möchte von dir wissen, würdest du etwas an deiner Vergangenheit ändern? Ich würde absolut nichts ändern, weil ich wäre nicht dort, wo ich heute bin. Und ich bin ein ausgeglichener, selbstreflexierter Mann und vermisse gar nichts. Und erst recht nicht das Geld. Ich hoffe, ihr fandet meine Geschichte interessant. Wenn ihr noch mehr über Drogenhandel hören wollt, dann schaut euch doch die Geschichte vom alten Zuchthäusler und Drogenschmuggler Robertus an.